Moin Moin, Ahoi, Aloha, Servus, Guten Morgen, meine lieben Randoms, es ist wieder soweit, es ist Sonntag 10 Uhr und das bedeutet Good Random Morning. Also macht euch einen Kaffee, setzt euch gemütlich hin und lasst uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Schnappt dir eine Tasse Kaffee, schraubt dir ein Lächeln ins Gesicht und dann kann es losgehen mit diesem geilen Tag. Und jetzt viel Spaß mit Good Random Morning. Ja, meine lieben Randoms, es ist schon wieder Sonntag und zwar der 12. Februar. Ja, die Zeit rennt, oder? Ich meine, fall, die Sache steht vor der Tür. Habt ihr was gekauft? Also ich nicht, aber ich hab mir was gekauft und zwar zum Frühstück. Heute gibt's für mich, nämlich A Croissant. A Croissant gibt's heute. Und zwar ein Marzipan-Nougat. Nougat Marzipan-Croissant heißt das so? Schon ziemlich trocken war, nämlich von der Tankstelle. Boah, das ist wirklich trocken. Tja, hätte ich mir mal lieber bei Aldi ein Baguette oder ein Brot oder sowas gekauft. Warum? Naja, weil mich der neueste Aldi-Spot so richtig heiß auf Aldi-Backwaren gemacht hat. Gemacht aus den fünf Elementen. Wasser. Aqua. Habt ihr ihn gesehen? Der mit Jeremy Fragrance? Leute, ganz ehrlich, hier hat irgendeine Werbeagentur das Meme-Game durchgespielt, würde ich sagen. Ich mein, hier ist der Endgegner angetreten. Du nimmst Jamie Fragrance, ein, ja, wahr gewordenes Meme, muss man ja sagen. Baust ihn in einen Spot ein, wo du denkst, boah, das wirkt richtig, richtig schlecht. Und wahrscheinlich hat er gerade ein Parfüm entwickeln lassen, was exklusiv bei Aldi verkauft wird. Aber nein! Am Ende ist es kein Parfüm. Es sind die Bagwaren von Aldi. What the fuck? Leute, dieser Spot ist wirklich unglaublich gut. Er wirkt erst mega billig, aber er ist in sich einfach so stimmig und perfekt, dass ich jetzt schon Bock hab, wirklich zu Aldi zu gehen, um mir Bagwaren zu kaufen. Und ganz ehrlich, man könnte sich den Anfangsteil dieses Spottes nehmen und das Ende austauschen, wie man möchte. Es können Bagwaren sein, es können andere Lebensmittel sein, es kann aber wirklich Parfüm sein oder auch einfach eine Urlaubsreise. Es könnte alles sein. Jamie Fragrance könnte jetzt als Stock-Footage genutzt werden, jedenfalls der eher Anfangspart, und man nimmt den Rest und baut was Neues draus. Einfach unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob ich den Spot jetzt hier in voller Länge zeigen kann, deswegen muss ich das jetzt gerade alles erklären. Vielleicht zeige ich ihn doch und dann ist er einfach im Video drin. Das werden wir sehen. Weiß ich ja vorher nicht, ob das geclaimed wird oder nicht. Wenn es geclaimed wird, schneide ich es raus, weil ich will ja Geld verdienen. Okay, letztes Jahr waren es 400 Euro innerhalb von einem Jahr. Also das ist jetzt, also lukrativ ist der Kanal hier nicht. Leute, ihr müsst das einfach mal checken. Thema ist gegessen, anzubleibt, Punkt. Lukrativ war aber auch für Ben Affleck vergangene Woche was nicht, nämlich die Grammy-Verleihung. Habt ihr es mitbekommen? Er war mit seiner neuen Ehefrau Jennifer Lopez, nein, Affleck heißt die jetzt, genau wie seine Ex, ne? Jennifer Affleck, ja, er war mit Jennifer Lopez bei den Grammys und ist während der Grammys schon zum Meme geworden. Mal wieder. Ja, der Sad Ben beziehungsweise Sad Affleck ist zurück und diesmal mit diesem kleinen Ausschnitt hier. Ja, während der Grammys ist dieser Ausschnitt also schon zum Meme geworden und jede Menge Leute haben spekuliert, was denn da vorgefallen sein soll. Ja, die einen sagen, okay, Jennifer Lopez hat ihn angemeckert, weil er lichtlächelt und er hat irgendwas zu ihr gesagt und sie war daraufhin sauer. Und die Daily Mail, die haben sich gedacht, komm, wir holen uns jemanden, der Lippen lesen kann und der soll uns jetzt mal sagen, was die gesagt hat. Und angeblich war es wie folgt. Sie soll gesagt haben, hör auf, schaufreundlicher, schau motiviert. Und er soll gesagt haben, mach ich vielleicht. Ja, anscheinend. Das soll so gewesen sein. Ob es wirklich so war, nee, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber, aber an dem Tisch von Ben Affleck saß wohl eine Influencerin. Das ist völlig normal, dass man immer wieder auch so unbekanntere Leute oder Leute, die jetzt nicht so wichtig sind für die Veranstaltung selbst, mit an solche Tische setzt, damit es voll wird. So. Und eine Influencerin, beziehungsweise TikTokerin namens Anna, die saß an diesem Tisch und meint zu wissen, was da vorgefallen ist. Denn, ja, es soll wohl so ein bisschen darum gegangen sein, dass Ben Affleck vielleicht mal ein bisschen freundlicher gucken sollte oder wie auch immer. Aber anscheinend hat Ben Affleck von J-Lo zuvor schon gezeigt bekommen, dass er im Internet während der Show zum Meme wurde. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen, weil er sich gedacht hat, oh Gott, schon wieder. Ja, für mich sieht die ganze Szene übrigens so aus, als hätte Ben lächeln wollen, aber durch sein Botox konnte er das nicht. Und, ja, vielleicht wollte er auch lieber woanders sein. Naja, kann ja auch nicht immer alles glücklich sein. Ich wäre auf so einer Veranstaltung genauso ein miese Peter wie er. Bin immer ehrlich. Aber vielleicht haben Prominente wie Ben Affleck bald gar keine Probleme mehr mit Memes. Denn die meisten Memes kommen ja durch Reddit und Twitter. Und bei Twitter sieht es immer mehr danach aus, als würde man alles dafür tun, dass die Nutzer, Nutzerinnen, bald alle verschwinden. Warum? Naja, weil man jetzt neue Beschränkungen eingeführt hat. Das ist aber dieses Ding hier, ne? Können wir das mal weglegen? Danke. Weiter im Text. Elon Musk hat Twitter übernommen und dann zum Beispiel Twitter Blue eingeführt. Man bezahlt jetzt monatlichen Preis, der variiert, je nachdem, worüber man es bucht. Und bekommt dafür ein paar Features. Das unter anderem wird man immer ganz oben angezeigt, kriegt einen blauen Haken und sowas weiter. Und vergangenen Donnerstag hat man dann noch etwas eingeführt, was Leute eventuell dazu bringen soll, Twitter Blue zu abonnieren. Denn am vergangenen Donnerstag haben sich einige Leute darüber beschwert, dass sie entweder niemandem mehr folgen konnten, dass sie kein Tweet mehr absetzen konnten, dass sie kein Bild mehr hochladen konnten, etc., etc., etc. Woran das lag? Twitter hat neue Dinge eingeführt, wodurch es einige technische Probleme gab. Laut der Hilfeseite hat Twitter nämlich jetzt ein paar Einschränkungen eingeführt. So darf man anscheinend nur noch 500 Direktnachrichten pro Tag verschicken. 2.400 Tweets absetzen. Dazu zählen auch WeTweets. Zusätzlich soll man wohl auch nur noch 400 Accounts pro Tag folgen dürfen. Und man kann auch grundsätzlich, glaube ich, nur 5.000 folgen. Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Begrenzungen. Doch diese Begrenzungen sind wohl das Oberlimit. Denn es gibt jetzt auch schon Seiten, die sagen, da ist man jetzt schon einen Schritt weiter. Angeblich sollen normale Twitter-User künftig nur noch 200 Direktnachrichten pro Tag verschicken, 20 Tweets absetzen inklusive Retreats und 4 Fotos oder ein Video pro Tag hochladen dürfen. Wenn man Twitter Blue benutzt, dann muss man gar keine Begrenzung hinnehmen. Ja, das ist richtig schlau. Ganz ehrlich, ich warte nur darauf, dass irgendeine andere App, die vielleicht sogar schon existiert, einfach diesen Move mitnimmt und sagt, Leute, kommt zu uns. Mastodon kannst du knicken, die Seite ist einfach zu alt, diese App ist zu alt. Bam. Hol was Neues. Aber ganz ehrlich, das kann doch nur zum Tod von Twitter führen, oder? Was denkt ihr darüber? Ich weiß, die meisten von euch nutzen gar kein Twitter. Ich nutze es, obwohl es echt eine toxische Plattform ist und man da eh nicht diskutieren kann. Aber du schränkst dein Hauptprodukt ein, nämlich zu interagieren. Das willst du für die Hauptnutzer, die eben kein Twitter Blue haben, einschränken? Das ist doch nur dumm, oder? Das ist einfach nur dumm. Also ich weiß nicht, was sich Elon Mast da denkt, aber so richtig schlau scheint es nicht zu sein. Ich habe mir kein Twitter Blue geholt und bin auch gespannt, wo das noch hinführt, denn nun sind auch Drittanbieter, die irgendwie vernetzt sind mit Twitter, sprich, dass die zum Beispiel von einem anderen Tool aus twittern, das soll künftig auch Geld kosten. Also sprich, die Seiten Geld dafür bezahlen müssen, damit sie überhaupt solche Verbindungen herstellen können. Twitter macht sich also gerade so richtig kaputt. Und es sieht überhaupt nicht danach aus, als gäbe es wirklich einen Plan hinter dem Projekt. Elon Musk versucht anscheinend einfach nur irgendwie seine 44 Milliarden wieder reinzuholen. Und wir bleiben sogar noch bei Social Media, wandern aber weiter zu TikTok und kommen zu einem Thema, was schon ein paar Tage älter ist. Es stammt eigentlich aus Mitte Januar. Und eigentlich ist das Grundthema sogar schon ein bisschen länger bekannt. Mitte Januar erschien bei Forbes ein Bericht, wo unter anderem TikTok-Sprecher Jamie Fasar, Fasar, wie heißt er, Fasar, Fasar, Fafetzer, Fafatzer, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ja, der Typ hat auf jeden Fall bestätigt, dass es bei TikTok in den USA Mitarbeitende gibt, die Einfluss darauf nehmen können, ob du groß bei TikTok wirst. Ja, die können sozusagen dein Account oder dein Video pushen. Was auch erklärt, warum, wenn du TikTok neu startest, immer die gleichen Hackfressen zu sehen sind. Fafasa hat gegenüber Forbes erklärt, dass es bei dieser Funktion letztendlich darum geht, prominente und junge, aufstrebende Creator, ja, in die TikTok-Community einzuführen. So, ihnen zu zeigen, so läuft es ab und so gut kann das sein und jetzt bleibt bei uns. Das Ding ist allerdings, dass schon seit längerem bekannt ist, dass diese Funktion von einzelnen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ausgenutzt wurde und die dann eben auch ein paar Freunde gepusht haben. Ja, brauchst du nicht mal lustig sein, wirst du einfach mal von einem Kollegen von dir gepusht, weil der einfach den Hot-Button kennt, draufklickt und schon hast du eine Million Views oder mehr. Ja, so funktioniert TikTok und da fragt man sich natürlich, wie assi ist das? Also, ich hinterfrage das nicht, weil für mich ist TikTok eh eine sehr suspekte Plattform, wo ich den Klicks immer noch nicht traue und vor allem nach dem Mehrwert suche. Ja, ich bin halt ein alter Oppi hier auf YouTube und bin da wahrscheinlich auch mit 80 immer noch hier, hab dann halt einen weißen Bart und keine Haare mehr auf dem Kopf, aber dann ist das so. Naja, auf jeden Fall, hey Leute, ihr braucht euch nicht wundern, wenn der ein oder andere mal abgeht bei TikTok, das kann dann eben auch beeinflusst sein durch TikTok. Und das, obwohl es gegen die eigenen Richtlinien verstößt, ne? Das muss man auch mal kurz dazu sagen. Und apropos Verstoß, erinnert ihr euch noch an den Mastenskandal? Ich weiß, ist gefühlt schon ewig her, aber es gibt ein neues zum Mastenskandal um Finn Kliemann. Warte mal, ist der eigentlich noch aktiv? Hat man was bei dem auf Twitter gesehen? Nee, nee, es ist jetzt auch schon seit Juni 2022 nichts mehr passiert. Naja, es tut ihm wahrscheinlich immer noch leid. Egal. Der Spiegel hat am Freitag berichtet, dass sie Neues zum Mastenskandal erfahren haben, denn Finn Kliemann soll eventuell bald aus der Nummer raus sein. Wie, wo, was? Naja, die Staatsanwaltschaft Stade soll laut Spiegelinformationen vorhaben, den Fall zu den Akten zu legen. Allerdings gegen eine Geldauflage. Dem muss natürlich das Gericht noch zustimmen, aber gegen eine Geldauflage kann sich die Staatsanwaltschaft Stade vorstellen, hey, dann bist du raus. Tom Illbruck, der gemeinsam mit Finn Kliemann ja in diesem Fall verdächtigt wird, der sagt, ne, ich will, dass das letztendlich geklärt wird, ich werde hier keine Geldauflage zahlen. Heißt aber nicht, dass Finn Kliemann auch das Angebot ablehnt, denn der kann für sich ganz alleine entscheiden. Und wenn er sich entscheidet, im Gegensatz zu seinem, sagen wir, Co-Geschäftspartner oder wie auch immer Tom Illbruck, das Angebot anzunehmen, dann heißt es laut dem Spiegel, dass er einen 60-Tagessatz zu zahlen hat, damit die Akten über ihn zur Seite geschoben werden. Ah. Ich weiß nicht, was Finn Kliemann aktuell verdient. Im letzten Jahr ist es ja sehr wahrscheinlich viel, viel weniger geworden. Aber es könnte schon eine stattliche Summe werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn jetzt eigentlich nochmal passiert? Naja, Tom Illbruck, der eine Firma hat, die letztendlich diese Masken verkaufte, an der Finn Kliemann zuletzt dann auch irgendwie beteiligt war, die haben damals Masken verkauft und so getan, als wäre das made in Europe. Allerdings war das nicht so. Jedenfalls wird den beiden das vorgeworfen und seitdem müssen sie sich ja gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem Gericht verantworten. Aber anscheinend kommt die Staatsanwaltschaft nicht weit genug und deshalb versucht man jetzt irgendwie das Ganze mit Geld zu lösen. Ah. Ich bin gespannt. Ich bin auch immer noch gespannt, ob Finn Kliemann eines Tages ein Comeback hinlegen wird. Allerdings kann ich mir in der heutigen Welt gut vorstellen, dass das passiert. Und dann bin ich gespannt, wie das so abläuft. Naja. Folgt ihr Finn Kliemann noch? Wie viele folgen ihm denn noch? Ja, immer noch 703.000. Könnten natürlich auch Leute sein, die wissen wollen, wie es mit ihm weitergeht. Naja. Leute, das war es eigentlich im Grunde mit Good Random Morning für heute. Oder? Habe ich hier noch was stehen? Nö. Ich bin durch. Das war Folge 12 von Good Random Morning. Und nächste Woche Sonntag gibt es natürlich um 10 Uhr Folge 13. Bis dahin kommt vielleicht sogar noch ein Random Comment Video. Aber es gab ja vergangene Woche bereits zwei Stück. Nämlich einmal am Donnerstag und einmal am Mittwoch. Also schaut da gerne rein. Vor allem beim Pizza-Video. Interessiert vielleicht den einen oder anderen, ne? Verlinke ich euch gleich am Ende in der Endcard. Also. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Hoch die Tasse. Komm. Das ist jetzt weg. Wir schmeißen ja hier kein Essen weg. Oh, das ist trocken. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.